Irimus, Irimus, Musicus, Diabolus. Vor unzähligen Monden zeugten die Götter mit Sterblichen die Wächter von Avalon. Durch ihre Aufgabe nicht gerecht wurden sie verbannt, von der Hölle ausgespuckt. Und so frönen sie auch in eurer Zeit bis in alle Ewigkeit auf dieser Erdenscheibe um ihrer selbst. Jene düsteren Gehörnten dürfen ihre Menschengestalt annehmen, wenn sie dem Volke mit Musik und Feuer dienen. Dann, höret sie nun, Musicus, Diabolus. Ab in Veris.